Warum kannst du Deutsch? Das geht dich nichts an. Was willst du von mir? Das ist noch ein Geheimnis. Du lässt meine Freundin in Ruhe. Hast du verstanden? Leg dich nicht mit mir an. Du weißt nicht, wer ich bin. Wer bist du denn? Das wirst du bald erfahren. Sag es mir sofort. Sonst schlage ich dich. Glaub mir, Emre. Du kannst mich nicht besiegen. Was soll das heißen? Ich will wissen, über was Pedro und Emre reden. Was ist denn los, Mia? Emre wollte alleine reden mit Pedro. Warum denn? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, sie streiten sich nicht. Du hast keine Chance gegen mich. Bist du stärker als ich, oder was? Ja, viel stärker. Hä? Sag mir sofort, wer du bist. Das darf ich nicht, Emre. Aber bald wirst du es erfahren. Das werde ich alles, Mia, sagen. Das kann ich nicht zulassen. Was willst du denn machen? Das siehst du dann, Emre. Du blüffst doch nur. Das werden wir sehen. Mia, ich muss dir etwas sagen. Du hast es so gewollt. Was tust du da? Das siehst du gleich. Du bist ein komischer Typ. So, das war's. Und was hast du jetzt gemacht? Ich habe doch gesagt, das siehst du jetzt. Was soll ich sehen? Ich glaube, das ist dein Handy. Wer könnte das sein? Du solltest da rangehen. Hast du damit zu tun? Geh ran, Emre. Ist ja gut. Ja, hallo. Hier ist Emre. Äh. Ja. Echt? Das wusste ich nicht. Alles klar. Ich habe verstanden. Ich hoffe, jetzt hast du es wirklich verstanden, Emre. Ich kann es nicht glauben. Ist das echt wahr? Ja, ich hoffe, du verstehst jetzt, wie wichtig das ist, Emre. Das hätte ich niemals gedacht. Du darfst Mia nicht sagen. Das ist sehr wichtig, Emre. Hast du das verstanden? Ja, habe ich. Seid ihr fertig, Schatz? Äh, ja. Was hast du denn? Äh, es ist nichts. Hast du Pedro Angst gemacht? Nein, Pedro hat mehr. Was hat Pedro? Er hat gesagt, dass er sich total auf Deutschland freut. Oh, ich freue mich auch, dass du da bist, Pedro. Äh, I'm happy that you're here, Pedro. Der versteht dich doch auch auf Deutsch. Aber ich darf nichts sagen. Thank you, Mia. You're so nice. Pedro kann noch kein Deutsch. Aber Pedro kann doch. Was kann Pedro? Äh, er kann Deutsch lernen. Ich muss echt meinen Mund halten. Mia darf noch nichts wissen. Ja, Pedro ist doch für drei Wochen hier. Da wird er viel Deutsch lernen. I'm here to learn German. Ich kann immer noch nicht glauben, wofür Pedro eigentlich hier ist. Ich hoffe, alles geht gut. Was ist denn los mit dir, Emre? Du verhältst dich so komisch. Verhalt dich ruhig, Emre. Äh, es ist nichts. Sicher? Du bist doch eigentlich nie so nervös. Ja, das ist, weil du so hübsch aussiehst gerade. Oh, du bist so süß, mein Schatz. Gehen wir jetzt auf unser Date? Ich glaube, wir sollten das verschieben. Warum das denn? Ich hatte mich schon total gefreut. Äh, ich habe Bauchschmerzen. Dann geh doch auf Toilette. Danach gehen wir auf unser Date. Und was ist mit Pedro? Pedro, willst du mitkommen? Äh, do you want to come with us? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Wieso denn nicht? Das ist doch unser Date. Ja, aber Pedro hat keine Freunde hier. Hm, okay. Lasst uns gehen. Wolltest du nicht vorher auf Toilette? Äh, ja. Emre verhält sich irgendwie merkwürdig. What? Äh, Emre is acting strangely. Ich bin immer noch geschockt. Braucht Pedro echt mehr dafür? Ich kann es einfach echt nicht fassen. Wie geht's deinem Bauch? Besser. Dann können wir ja jetzt gehen. Kommt der echt mit? Ja, jetzt kommt. Come, Pedro. Wo gehen wir eigentlich hin? Ich wollte ins Kino mit dir. Aber dann versteht Pedro doch nichts. Hey, doch klar. Er kann doch gar kein Deutsch. Äh, ja. Du hast recht. Aber ich habe die Karten doch schon gekauft. Hm, was sollen wir jetzt machen? Ich frage mal Pedro. Is it okay if we watch the film in German? I don't know. I wouldn't understand the film. Er sagt, dass er den Film nicht verstehen würde. Ernsthaft? Natürlich verstehst du den Film. Guck mich nicht so an, Emre. Du bist ein seltsamer Junge. Aber Pedro, du kannst doch Deutsch mit dem Film lernen. You can learn German with the film. Okay, that's a good idea. Super, dann können wir den Film gucken. Let's go then. Seid ihr bereit? Hier ist das Kino. Ja. Ja. Hast du mich verstanden, Pedro? What do you mean? I asked if you're ready. Oh, you can go in. And you? I must make a phone call. Pedro muss telefonieren. Wir gehen schon mal rein, Emre. Hm, na gut. Code 10 21 12 9 1 Ich bestätige Code 10 21 12 9 1 Hallo, Pedro. Was ist dein Standort? Ich stehe vor dem Kino. Das Ziel und ich werden einen Film schauen. Wie läuft der Plan? Emre weiß jetzt, was wir vorhaben. Das ist aber nicht schlimm. Sehr gut. Er wird uns noch helfen. Ich muss jetzt auflegen, sonst schöpft mir Verdacht. Viel Spaß beim Film. Danke. Code 10 21 12 9 1 Ende. Gute Arbeit, Männer. Pedro ist bei unserem Ziel. Es läuft alles nach Plan. Da bist du ja, Pedro. Emre, für welchen Film hast du Karten gekauft? Wir gucken Harry der Zauberer. Teil 6. Okay, cool. Ich mag Harry der Zauberer. Habt ihr schon die Karten? Wir brauchen noch eine Karte für Pedro. Das macht dann 12,90 Euro. Ich send. Warum ist das so teuer geworden? Dafür bekomme ich fast zwei Döner. Da kann ich leider nichts machen. Ich habe nicht so viel Geld dabei. Kannst du für Pedro bezahlen, Emre? Warum bezahlt Pedro nicht selbst? Ich date ihn doch nicht. Er ist aber mein Gastbruder. Eigentlich habe ich 10.000 Euro dabei. Aber ich darf nichts sagen. Ist ja gut. Ich bezahle für ihn. I'm paying for you. Thanks, brother. Beeil dich, Emre. Der Film beginnt jetzt. Ja, in drei Minuten. Ja, ich bezahle. Wollt ihr Popcorn und Cola? Hast du noch Geld, Emre? Warum bezahlt Pedro denn nicht mal? Er hat doch kein Geld. Ich habe eigentlich ziemlich viel Geld. Aber dann würde meine Tarnung auffliegen. Na gut, ich bezahle. Was wollt ihr denn? What do you want, Pedro? A small popcorn in Cola. Okay, das nehme ich dann auch. Der Film beginnt jeden Moment. This is so cool. Ist das nicht? Verdammt. Ich glaube, ich wurde erkannt. Gustavo? Bist du das? Das ist schlecht. Hey, Gustavo. Bist du das nicht? Wir kennen uns doch. Vielleicht hört er auf, wenn ich ihn ignoriere. Wie kann es sein, dass du hier bist? Mit wem redest du da? Na, mit Gustavo. Wer ist Gustavo? Ich glaube, sie sind verwirrt. Der Typ, der neben dem Mädchen sitzt. Der heißt aber Pedro. Was ist los, Emre? Keine Ahnung. Der Typ kennt Pedro von irgendwo. Ich glaube, jetzt kommt alles raus. Aber der heißt doch Gustavo. Kennst du den Typen, Pedro? Äh, do you know this guy? No, I don't. Pedro kennt sie aber nicht. Er war mal mein Gastbruder. Dann war er plötzlich verschwunden. Hä? Er ist auch mein Gastbruder. Oh nein. Was ist hier los, Pedro? Äh, what's going on, Pedro? Du meinst Gustavo. Jetzt wird es interessant. I don't understand you. Hä? Hey, Gustavo kann eigentlich schon ein bisschen Deutsch. Lassen Sie uns in Ruhe. Ich glaube Ihnen nicht. Ich habe aber ein Foto auf meinem Handy. Soll ich es euch zeigen? Echt? Oh nein. Ja, warte. Ich hole mein Handy raus. Hier ist das Bild. Zeig her. Das ist dir echt, Pedro. Ich habe keine Wahl mehr. Du kannst ja doch Deutsch reden. Was hast du da? Warum kommt der Rauch raus? Ihr werdet bald alles erfahren. Gut, du bist wieder wach. Was ist hier los? Wir brauchen deine Hilfe, Mia. Hä? Wobei denn? Die Erde ist in Gefahr. Wie bitte? Gebt einen Daumen hoch für Part 4 und klickt auf dieses Video.